Hallo Leute, heute in Elektro-Sendung 5 Minuten, die Partialbruchzerlegung braucht ihr bei fast jeder Laplast-Transformation und deswegen machen wir hier mal eine Übung, beziehungsweise ein Beispiel. Also das hier wollen wir Partialbruch zerlegen, sprich wir wollen das hier in einen A durch S plus B durch S plus 1 machen. So wollen wir das zerlegen, wie kommen wir jetzt hier auf die Koeffizienten A und B? Das funktioniert ganz einfach, indem wir hier mal nehmen mit S, also auf beiden Seiten, hier mal S mal S plus 1. Also das hier mal nehmen, dann haben wir hier 1 ist gleich A, S mal S plus 1 durch S plus B mal S mal S plus 1 durch S plus 1. Und ihr seht schon, das kürzt sich hier und hier kürzt sich das S. Also bleibt noch stehen, A S plus 1 plus B mal S ist 1. So, jetzt setzt man für S irgendwelche Werte ein, die irgendwie gut passen, zum Beispiel hier setze ich mal 0 ein, weil dann fällt das hier schon mal weg. Dann habe ich 1 ist gleich A mal 0 plus 1, also sprich A mal 1, kann ich mir schenken, also komme ich hier auf die Koeffizienten A und das ist gleich 1. So, jetzt nächstes Beispiel, was kann ich hier einsetzen? Hier setze ich minus 1 ein, dann fällt mir hier der vorne Teil weg. Also 1 mal S gleich, das fällt jetzt hier weg, B mal minus 1. Daraus folgt, und dann machen wir S gleich minus B, dann kann ich sagen, hier B ist gleich die minus 1. Und voilà, kann ich jetzt hier groß empfeilen, groß ist S gleich, dann habe ich hier 1 durch S minus 1 durch S plus 1. Und das hier ist meine Partialbruchzerlegung von diesem oberen Term. Ja Leute, so schnell kann sowas funktionieren, hoffe ihr habt Spaß gehabt an diesem Video, würde mich hier über einen Daumen hoch freuen, abonniert meinen Channel, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektro-Tänik in 5 Minuten.